Mission 24 heißt Schlachtplatte aber dann schlachten gehen denn erhielt sie die Städte immer mehr zum Ende das macht immer noch so viel Bock wie beim ersten Part ich weiß also die Spiele es festet ein da war es immer Mission und Mission und Missionen sind ob Wim auch wo man die schon alle kennt her das ist das kurioser ich an dem Spiel man kennt ihm ist alles noch kurz und gerne weiter so der fand seine gesamten verleibenden Truppen in die Schlacht geworfen um Kochschinkchen zu halten das wird eine verdammte Schlachterei aber enttäuschen sie mich nicht ab durch die Mitte tausende davon ja genau tausende davon und wir haben natürlich nur 15 Sekunden Zeit das sind jetzt zum Beispiel alles Kampfkeiler was ich zum Beispiel nicht verstehen kann wieso jetzt wir alles Kampfkeiler sind und zum Beispiel bei einer Mission nicht ja das erkennt man ja ne das erkennt man ja glaube ich oder wo die eigentlich alle stehen das heißt sie haben auch keinen Mörser das tut ja trotzdem richtig weh so ein Luftschlag das ist ja trotzdem nicht ohne ein Airburst haben sie noch aber oh du gibst mir einen Döner mit okay naja ab durch die Mitte ich krieg sogar noch Fallschaden ey was ist denn das ist klar nächster Luftschlag einmal querbeet drüber oh das hat für keinen gereicht doch ich hole meine Brüder ja dann hole sie doch ein hat der noch okay ein Kill für mich weil man hat doch nicht so der kommt auch mit dem Dynamit an okay Mios eigentlich brauche ich die 5 Euro noch nicht einsammeln ihr kennt das ja eigentlich schon was liegt denn an eigentlich kennt ihr das ja alles schon ich mach das lieber so so da müsste jetzt nochmal Dave ordentlich Punkte für kriegen 6 hat der noch okay die beiden sind gleich direkt in die Luft geflogen weiter so ne also mit Proband ist das einfacher die zu rösten 6 komm mal bei deinen Kollegen da oder tarn dich oder was weiß ich eigentlich ey mach aber nichts da kommt sogar noch was was schießt denn du der war sogar noch gut Alter ich hasse es wenn die da runter rutschen was geht ja dann was machst denn du schon mal laufen 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 gib dem Döner mit bitteschön dann ist der auch tot Alter nein wieso rutscht denn der so weit das gibt's doch nicht weil man selber fast 40 damage wir werden ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen aus dem Schweinekopf muss ich hin das gibt es nicht doch einpökeln äh trifft natürlich den Baum nicht ja super ich habe keine Zeit zum heilen wo ist der wo ist der wo ist der boah der bewegt sich auch noch weg ok ich verstehe nicht warum man so weit runter rutscht das kann ich schon wieder laufen aber ich will aber trotzdem die Orden haben ja ich wollte mich nicht selbst sein ich wollte mich eigentlich tarnen das könnte man vielleicht nur durch das Spiel angreifen dass man sich nicht selber positionieren darf die Punkte naja das dann würde ich das teil nämlich weiter oben legen dass sie dieses scheiß Besuch gaben nein das muss nichts kesseln boah der darf auch noch so weit laufen oh der Davy ist auch schon fast tot was ihr könnt kann ich auch Schluss mit lustig Kerlchen das können mich gleich beim nächsten mal darüber ich brauche die Orden nicht mehr es ist eigentlich braucht die Orden gar nicht natürlich auf der Welt ist was die Orden sein die brauche ich eh nicht mehr deswegen also die braucht man eigentlich nur sammeln wenn man wirklich wie jeden anderen Orden vorher kriegt dann brauchst du die echt nicht also ich mag es diese 15 Sekunden das hasse ich so so einmal drauf Alex einmal bitte drauf oh drei zusammen das riecht nach äh tot und er kriegt das nur zum abfeuern okay jetzt pass auf was ich will mal an Anwalt sprechen ey so eng zusammen ey das ist ja schon Kuscheltreffen ey und nicht K.O. ey ich mach das so das müsste funktionieren was die haben beide äh gut die überleben das jetzt nicht weil der hoch geht immerhin okay der kriegt doch noch mal einen ab zwei drei drei steht aber schon alle in einer Reihe aber die bewegt sich ja nach vorne ey das hasse ich so ja komm schieß auf Phil genau schieß auf Phil schieß auf Phil da machst du nichts mit verkehrt genau das alles richtig schon den baum ja genau die Blätter zählen natürlich nicht oder die Äste genau genau das Spiel habe ich schon richtig verstanden ach nicht viel bis auf den Luftschlag von Dave der zwei weitere killt und dann bleibt der nur noch der bleibt noch übrig genau jawohl beide tot zwei Probleme weniger das ist gar nichts beschiss das ist beschiss dass ihr die Bäume nicht trefft das ist beschiss oh der hat noch 123 guck mal der steht vor dem baum und trifft doch voll die Äste ey das ist Betrug umstehen der zwei zusammen längst herum längst herum ist schneller zack hoa aber in der letzten Millisekunde mich nochmal entschieden hola die Waldfee tschüss tschüss ausgezeichnet wir werden ihnen die Ringelschwänze gerade ziehen und so noch der Käpt'n genau der Käpt'n schippt zuletzt der Käpt'n geht mit dem Signalschiff als nächstes unter ja stimmt ja ja die mit ihrer scheiß Bazooka boah und immer auf den gleichen das regt mich so tierisch auf und dann noch so genauer Treffer du glaubst doch nicht im Ernst dass du für nicht ausgeführte Befehle befördert wirst du musst heilen das glaube ich jetzt ernsthaft nicht dass du Phil heilen musst was war das das ist auch manchmal so eine Sache was ist das gibt es in dem Spiel so ein paar versteckte Mähen die man nicht sieht oder oder wie muss man das verstehen also manchmal stellt man sich echt die Frage was ist das und das ist der Anpfiff kann ich mir jetzt noch einen Orden holen das ist der Angriff das ist der Angriff das hätte ich auch noch nie das hätte ich auch noch nie das ist meine TNT hinlegt Ach, nö, oder? Was ist denn das? Eine 50er. So, was, du Arsch? Fall irgendwo hin, ey. Ja, Steuerkreuz, nimm noch mal was an, wenn ich was will. Keiner ausgesetzt. Ja. Er macht sich schon auf die Socken. Komm, ist immer so nur die Orden. Nein, wir teilen uns. Als Baum. Vorhin hat der ausgesetzt. Warum hat der vorhin ausgesetzt? Volle Breitseite. Du gehst mal auf den Sack, ey. Was liegt an? Denn. Mal, das ist eine Scheiß-Map. Ich mach den jetzt kalt, jetzt ist mir das egal. Der geht immer auf den Gleichen, das regt ja ihn auf. Komm, mach den kalt. Komm, mach den kalt. Keine Lust mehr, hier die Orden, da bist du durch die Mitte. Und wenn ich dann eh noch keinen Sinn dabei sehe. Das Team war mir jetzt wichtiger. Ja, weil das regt mich auf. Also in 15 Sekunden mal durchzurennen, das regt ja auf. Und das die Orden ja eh nicht mehr braucht. Das war eine 2 habe ich geholt, oder? Ja, 2 von 5. Ja. Erste Hilfe auf dem Schlachtfeld. Knochenbrüche sind meist leicht erkennbar. Viele Unfälle lassen sich durch Warnschilder verhindern. Wenn doch mal was schief geht, muss der Sanitäter ran. Eine Art zur rechten Zeit rettet, was noch übrig bleibt. Vorbildlich. Die Schlagzeile ist auch immer die gleiche. Jetzt müsste ich theoretisch 4 Orden haben. Wenn man von Kochschinkien keinen bekommt. Kochschinkien gehört uns. Ja, also von Kochschinkien bekommt man keinen. Und wir sind die reichsten Schweine der Welt. Fett und Wohlstand bis in alle Ewigkeit. Also, versaut es nicht. erwartete. Vielen Dank.